hallo und herzlich willkommen im kanal von mobilhelden.de mein name ist bastian ebert und ich will heute mal einen blick auf die neuen angebote von blau.de werfen das unternehmen hat angekündigt dass man ab 8 mai neue aktionstarife auf dem markt werfen will und die sehen richtig günstig aus daher lohnt es sich mal einfach mal nachzuschauen für wen sich den tarife lohnen ob sie wirklich so günstig sind und was man eventuell auch bei der buchung beachten sollte wer blau.de vielleicht noch nicht kennt das unternehmen ist ein prepaid-discounter oder als prepaid-discounter gestartet vor einigen jahren im netz von e plus o2 mittlerweile bietet das unternehmen aber auch eine ganze reihe von allnet vertrets bzw handy tarifen auf rechnung an und man hat auch im hardwarebereich nachgerüstet also es gibt nicht mehr nur die prepaid karten sondern man bekommt auch viele handy tarife und teilweise auch die handy tarife mit günstigen handys direkt dazu vom konzept her ist blau mittlerweile der discounter von telefonika man kennt das konzept auch von anderen netzbetreibern die telekom hat com star als discounter oder als discount marke vodafone hat othello als discount marke und blau.de ist die discount marke von o2 die sich also eher so ein bisschen an die preisbewussten kunden richtet die vielleicht nicht ganz so viel leistung benötigen aber eben auch nicht so viel bezahlen wollen derzeit sehen sie tarife von blau.de wie folgt aus ich habe das hier unten schon mal vorbereitet man hat also vier ordentliche trägt im bereich von 7 euro 99 bis 19 euro 99 und zu diesen vier ordentliche trägt die man auch weiterhin buchen kann wird es ab dem 8 mai bis zum 11 juni sogenannte aktionstarife geben das sind zwei zusätzliche ordentliche die man buchen kann und die kommen wir nachher noch dazu teilweise deutlich mehr datenvolumen bieten und auch etwas billiger sind leider kann ich euch das noch nicht auf der blau.de webseite zeigen weil die tarife noch nicht online sind also das heißt dort hat man bisher nur die alten tarife und wahrscheinlich dann ab 8 mai wird es die neuen geben aber blau.de hat das schon mal so ein bisschen grafisch aufbereitet und das sieht so aus hier sieht man es diese blaue ordnet xl und die blau ordnet l das sind die beiden neuen tarife jeweils in der 2018 version und das ist jetzt hier ein bisschen sehr reduziert aufgeschrieben aber prinzipiell bedeutet ordnet flat bei blau.de man bekommt kostenlose gespräche in alle deutschen netze und man bekommt zum grundpreis auch eine kostenlose sms sms flat rate in alle handynetze und ansonsten wichtig sind diese 5 gigabyte und die 3 gigabyte das ist eigentlich der größte unterschied zwischen den zwei neuen flat rates die 3 gigabyte ordnet flat kostet 9 euro 99 pro monat die 5 gigabyte ordnet flat kostet 14 euro 99 und da sieht man schon man bekommt hier eine 3 gigabyte ordnet flat für unter 10 euro und die 5 gigabyte für unter 15 euro das sind also schon ganz interessante kampfpreise die blau.de hier aufruft zum vergleich gehen wir noch mal zurück ja man sieht hier die 4 gigabyte ordnet flat die kostet 14 19 euro 99 also das heißt man bekommt immer mit einem der aktuellen tarife 1 gigabyte weniger und zahlt dafür noch 5 euro mehr und unter 10 euro gibt es hier eigentlich bloß die kleine 750 mb ordnet flat also preislich ist dieses angebot hier schon ein wirklich eine kampfansage auch an die anderen diskounter in diesem netz die frage ist natürlich wie sieht es denn aus was bekommt man sonst noch dafür und da muss man sagen gerade im internetbereich hat blau.de da noch den einen oder anderen nachteil man bekommt zwar lte also das heißt dass die 3 beziehungsweise 5 gigabyte internet volumen sind mit lte im netz aber die maximale geschwindigkeit liegt bei 21,6 mbit pro sekunde das ist also doch eher langsam 21,6 mbit pro sekunde ist zwar bei vielen anbietern im netz standard aber man muss doch sagen im vergleich zu anderen tarifen ist es recht naja eben langsam zum beispiel bietet vodafone die haben derzeit die schnellsten tarife die bieten bis zu 500 mbit pro sekunde also das ist mehr als 20 mal so schnell auch die telekom ist mit 300 mbit pro sekunde deutlich schneller und selbst die originalen u2 tarife also im gleichen netz schaffen mittlerweile 225 mbit pro sekunde und sind damit immer noch mehr als 10 mal so schnell als das angebot von blau von daher muss man schon sagen erstens top dass es lte gibt zweitens schade dass man es schon bei 21,6 mbit pro sekunde drosselt ist ein bisschen so ein zwiespalt das ist wie wenn man sich ein porsche kauft und den dann auf 50 kmh drosselt es macht nicht wirklich sinn also das heißt die wirklich schnellen geschwindigkeiten erreicht man bei blau.de leider nicht aber man hat immerhin lte abdeckung das ist schon mal ein vorteil zu den normalen 3g tarifen von daher muss man auch sagen also wer wirklich auf richtig schnelles internet steht wird wahrscheinlich bei blau.de enttäuscht werden aus dem einfachen grund die qualifizqualität kann nach wie vor nicht mit den netzen mithalten rein technisch gesehen schon nicht und vom ausbaustand her und dazu ist der tarif natürlich noch bei denen 21,6 mbit pro sekunde gedrosselt also wer schnell surfen will sollte sich eher einen anderen tarif suchen allerdings muss man auch sagen schnellere tarife kosten eben auch deutlich mehr hier zahlt man für eine 3 gigabyte flat rate unter 10 euro im monat das ist sagen wir mal sehr günstig und dafür muss man eben auch bei den bei den leistungen gewisse einschränkungen hinnehmen ansonsten ich hätte es ja schon gesagt die alt tarife von blau.de werden weiterhin angeboten und da kann ich jetzt gleich euch nochmal zeigen was sich noch geändert hat das ist nämlich hier so direkt nicht mit aufgeführt man wird es dann aber sehen wenn es auf der webseite online ist es gibt diese tarife hier alle hier sieht man es schon nur mit 24 monaten laufzeit also das heißt wer diesen günstigen preis haben will muss sich mindestens zwei jahre lang an blau.de binden das ist bei den alten tarifen schon so und das wird jetzt auch bei diesen neuen blau all net flat in der 2018er version so sein das heißt man geht auf jeden fall eine zwei jahres bindung ein und hat dazu noch eine kündigungsfrist von drei monaten man sollte also mindestens oder früh spätestens im einundzwanzigsten monat gekündigt haben ansonsten verlängern sich die tarife wieder um ein jahr und man nutzt den tarif noch mal ein jahr weiter erfreulich ist allerdings dass diese aktionspreise dauerhaft gelten also das heißt es ist bei vielen anbietern so dass nach 24 monaten dann der tarif hoch geht also sprich nach der mindestvertragslaufzeit wird ein gewisser rabatt abgezogen oder fällt weg und dann auf einmal ist der tarif teurer das ist es hier nicht auch wenn man den tarif über die mindestvertragslaufzeit hinaus weiter nutzt bleibt es weiterhin bei den 14 euro 99 die 9 euro 99 pro monat das ist durchaus ein vorteil und es macht den tarif auch etwas einfacher weil man muss jetzt nicht unbedingt kündigen um günstiger tarife zu behalten sondern der tarif bleibt weiterhin günstig so wie er derzeit ist und natürlich ist es auch so man kann den tarif wie es derzeit aussieht zwar bloß bis zum 11 juni buchen aber man kann natürlich weiterhin nutzen also das heißt werden bis zum 11 juni gebucht hat kann er dann immerhin mindestens noch die zwei jahre nutzen und wenn er weiter verlängert auch noch weiter ja insofern muss man sagen a punkt der tarif ist wirklich günstig im vergleich zu den anderen blau online vertrets und auch im vergleich zu anderen online flat in diesem bereich ist da wirklich günstig drei gigabyte für unter 10 euro ist eine kampfansage kritisch ist dagegen zu sehen es gibt kein schnelles lte es gibt eher langsames lte also das heißt wer wirklich schnell surfen will finger davon weg lieber was anderes suchen und es ist ein reiner sim ohne tarif steht hier oben nochmal ganz ganz deutlich sim ohne tarife das heißt wer ein handy dazu benötigt ist hier leider auch falsch es gibt keine handys dazu man kann sich bloß die sim karte holen und sie dann in ein bereits vorhandenes handy einlegen oder aber man geht dann irgendwo zu einem online händler und holt sich noch ein neues handy in neues freies handy einfach so dazu ja insofern prinzipiell ein guter tarif also das heißt blau de ich denke mal erweitert die tarifpalette hier schon in eine sehr interessante richtung also man geht sehr preisaggressiv vor und es dürfte interessant werden zu sehen wie denn die konkurrenten auf diesen neuen tarif reagieren weil es gibt natürlich gerade im motornetz auch einige andere discounter die immer mit preisen spielen und ich könnte mir vorstellen dass die dieses angebot sich ganz genau anschauen werden und überlegen wie man damit umgeht ob man eventuell noch ein eigenes angebot herausbringen wird soweit ist es aber noch nicht also bisher gibt es noch keine reaktion darauf aber falls was da ist falls was kommen sollte wer wird natürlich auch wieder hier ein video dazu geben und ja ich würde mich freuen wenn ihr dann reinschaut das war es soweit an der stelle ich hoffe ich konnte alle fragen klären und den tarif einigermaßen beschreiben ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder reinschaut bis dahin schönen tag